Ist der Rieskloch! Schmeckt der gut! Toller Wunsch, Wubble! Und? Das war noch nicht alles! Du hast noch zwei Wünsche frei! Hurra! Das hätte ich fast vergessen! Eine Bauchkraulmaschine? Nein, vielleicht ein Stückchen, das ich selbst wirf, damit ich Bringspiel... Ich geht! Jetzt weiß ich, was ich mir wünsche. Das schaumigste Schaumbad auf der ganzen, weiten Welt! Dieser Wunsch sei dir erfüllt. Das schaumigste Schaumbad auf der ganzen Welt! Genauso hab ich's mir gewünscht. Rubble ist ein Badehund! Na dann bade mal schön! Los, wir spielen Bell Bell Boogie! Ja, das machen wir! Hilfe, eine Riesenseifenblase! Äh, Freunde! Wenn mich einer sucht, ich bin hier oben! Ich als Bürgermeisterin der Abenteuerbucht... Hallo, Frau Bürgermeisterin! Ein Moment, Rubble! Hiermit erkläre ich den heutigen Tag offiziell zum Schwebewandentag! Was? Tannenbäume? Auch das noch! Tannenbäume haben Nadeln und die können... Hilfe! Wenn ich lange hierbleiben muss, wird das Badewasser kalt! Ja, gut, Peggy, los! Ryder, kannst du mich hören? Rubble, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung! Meine Wanne ist weggeschwebt und jetzt sitze ich hier fest und die Äste brechen vielleicht ab und... Hilfe! Gut, wir kommen! Zuma, du wartest unten mit dem Rettungsring für den Fall, dass die Wanne abstürzt. Sky, du seilst mich von deinem Hubschrauber aus ab, damit ich Rubble vom Baum runterholen kann. Kabumm! Wollt ihr einen verrosteten Eimer sehen? Äh, ja! Noch ein bisschen runter, Sky! Festhalten, Rubble! Ich versuch's! Ich hab dich! Oh Mann! Gut, dass keiner drin war! Danke, Ryder! Rubblesflug war abenteuerlich, darum hab ich was Kuscheliges für dich! Danke, Schachtelgeist Benni! Ich danke euch! Ihr habt mich gerettet! Ist schon gut! Hilfe holen ist ganz leicht, ein Wunsch reicht! Da fällt mir noch was ein! Du hast noch immer einen Wunsch frei! Ich hab so tolle Freunde! Und mein dritter Wunsch ist, dass alle was bekommen! Gut! Bravo-Hunde haben eine Belohnung verdient, darum ein Regen viele Leckerlis bringt! Hurra! Oh nein! Versuch auf dem Kissen zu landen! Das ist weicher! Nein! Ich glaube, er sitzt fest! Besser, wenn ich lande! Aber wie? Okay, ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das doch nicht! Ich komm nicht raus! Oh nein, was soll ich nur tun? Oh ja! Na klar, ein Anruf reicht! Rubble, wo steckst du denn nur? Wir haben dich überall gesucht! Äh, ich bin ganz schön weit weg! Genau, 400.000 Lichtjahre weit weg! Entschuldige, Rubble, das Signal ist zu schwach! Was hast du gesagt? Ich bin mit einem Alien auf seinem Planeten! Und jetzt sitzen wir hier verärscht! Oh nein, der Kontakt ist abgebrochen! Sieh mal, da unten bewegt sich was! Ja, wir haben ihn! Hey, wie bist du denn nur hier hingekommen? Hallo, Chase! Geht es Rubble gut? Hallo, Ryder! Ich glaube, Rubble ist nicht verletzt, aber er macht ganz komische Geräusche! Hm, vielleicht wirkt sich der Weltraum komisch auf seine Stimme aus! Wenn er zu Hause ist, wird das schon wieder! Okay! Oh oh, ich glaube, deine Pfote ist eingeklemmt! Warte, ich helfe dir! Greifer! Netz! Spring rauf, Rubble! Ryder, hallo! Wo hörst du mich? Ich bin's, Rubble! Ryder, Fellfreude, Hilfe! Oh, Schreck! Seht mal! Ist das nicht Rubble? Was? Aber wenn Rubble noch auf dem Planeten ist... Ähm, bist du nicht Rubble? Das ist ein Alien-Rubble, es ist ein Doppelgänger von Rubble! Wahnsinn! Er sieht wirklich genau wie Rubble aus! Ähm, hey, Freunde! Ich hoffe, ihr könnt mich hören, ich brauche eure Hilfe! Das da ist unser Rubble in dem Raumschiff! Wir müssen ihn da rausholen, schnell! Sky, du musst die fliegende Untertasse sichern! Ja, ich bin der Weltraumflughund! Rocky, Chase, Zuma, wir brauchen euch, um Rubble aus dem Raumschiff zu holen! Alles klar! Sky! Ich bin so froh, dich zu sehen! Und ich bin froh, den echten Rubble zu sehen! Rocky, Chase, Zuma, ihr seid alle gekommen! Wir lassen dich doch nicht im Stich! Greifer! Ruff, nütz! Na los, Rubble, spring! Juhu! Wir haben das Lagengefell, Freunde! Oh nein, mein Doppelgänger! Fähl, Freunde, wir müssen einen Doppelgänger retten! Festhalten, Weltraumkumpel! Wir müssen dich aus dem Glibber holen! Das haben wir gern gemacht! Und wenn du wieder mal im All festhängst, ein... Reicht! Ein Ball! Ha, 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 ha! Hab ich nicht! Hm? Ich hole ihn! Oh, oh! Alles in Ordnung? Alles bestens! Das sieht aber nicht so aus! Ich rufe Hilfe! Da hängt ein kleiner Hund im Baum! Oh, oh! Das ist aber kein guter Platz zum Abhängen! Keine Sorge, wir holen dich da schon runter! Ich habe keine Angst, aber das Wasser da sieht irgendwie kalt aus! Und ich bade lieber schön warm mit Badeschaum! Dieser Pfad ist zu schmal und zu steil! Chase! Dein Netz! Der Kleine braucht etwas zum Hochklettern! Ein klarer Fall für Chase! Rucksack! Netz! Wow! Cooler Rucksack! Und cooles Netz! Danke! Also gut, kleiner Freund! Klettere rüber! Aber langsam! Ich habe doch gesagt, mir geht's gut! Danke, danke, danke! Danke, danke, danke! Keine Ursache! Hey, das kitzelt! Danke, ihr habt mich gerettet! Das machen wir ständig! Hattest du Angst in dem Baum? Ja, ich hatte solche... Äh, überhaupt keine Angst! Ich bin ein tapferer Hund! Ich bin Ryder und wie heißt du, kleiner Kerl? Ich heiße Rubble! Hört sich an, als wärst du sehr hungrig, Rubble! Na ja, jetzt, wo du es erwähnst... Du hast wohl den ganzen Tag noch nichts gegessen, oder, Rubble? Eher mehrere Tage! Du hast seit Tagen nichts gegessen? So ist das eben, wenn man für sich selbst sorgen muss! Du bist wirklich ganz allein? Klar doch, ich bin ein tapferer Hund! Hallo? Hier spricht Ryder. Ryder, Kumpel, hier ist Jake! Hey Jake, wo bist du? Ähm, ich sitze in der Klemme, Mann! Ich bin von riesigen Schneebrocken eingeschlossen! Schneebrocken? Geht es dir gut? Alles Paletti, aber ich kann mich nicht alleine durch die Brocken graben! Sie sind zu groß und zu schwer! Könnte deine Paw Patrol mir raushelfen? Keine Sorge, wir holen dich da raus! Diese Schneebrocken sind steinhart gefroren! Hey Chase, ich könnte hier unten wirklich ein paar helfende Pfoten brauchen! Bin schon unterwegs, Ryder! Hey, Rubble! Äh, Rubble? Wo ist er hin? Ich traue meinen Augen nicht! Hey Ryder! Ich glaube, du bekommst gleich Besuch! Ryder! Snowboard fahren ist der Wahnsinn! Ich habe übrigens vier Pfoten, falls du Hilfe brauchst! Na ja, wir müssten etwas von dem Schnee bewegen, um Jake befreien zu können! Das geht rucki zucki! Hm? Warte! Rubble, du könntest verschüttet werden! Rubble? Rubble? Jake, hast du zufällig einen kleinen Hund bei dir? Du meinst diesen coolen Schneetunnel-Buttler hier? Oh, okay, okay, okay! Ich freue mich auch, dich zu sehen! Glaub mir! Oh, das geht's! Er hat dich befreit! Gut gemacht, Rubble! Ja, danke! Du hast es drauf! Ist dieser kleine Butler das neueste Mitglied der Paw Patrol? Hm... Fellfreunde, ich habe euch etwas Wichtiges zu sagen! Was ist denn? Was könnte das sein? Rubble hat jetzt ein Zuhause. Dort hat er etwas zu fressen, Freunde, ein warmes, schönes Körbchen und eine wichtige Aufgabe! Das sind tolle Neuigkeiten, Rubble! Aber du wirst uns fehlen! Ja! Du bist ein cooler kleiner Kerl! Er wird euch nicht fehlen! Rubbles neues Zuhause ist hier! Er ist das neueste Mitglied der Paw Patrol! Ja! Wirklich, wirklich, wirklich! Und weil du doch so gerne buddelst, bist du ab jetzt unser Bauarbeiter! Ja! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ja! Ich bin dabei! Rubble, der Superfellfreund, ich bin ein Held und reite die Welt! Gut, dass du da bist, Rubble. Ich wusste, dass die Paw Patrol mir helfen wird. Aber wo ist dein Bagger und wo sind Ryder und die anderen? Wir brauchen Ryder und die Paw Patrol nicht! Rubble, der Superfellfreund, schafft das allein! Genau wie Apollo, der Superfellfreund! Ich ganz allein! Du ganz allein? Aber es sieht so aus, als würden noch mehr Felsbrocken runterfallen! Zurücktreten, bitte! Das ist kein Problem, ich erledige das mal eben schnell! Ich muss nur diesen einen Brocken bewegen! Pass auf! Ein neuer Feldsturm! Ups! Alles in Ordnung, Rubble? Mir geht's gut, aber der Tunnel ist jetzt blockiert! Wir müssen auf der anderen Seite raus! Schnell! Zu spät! Die andere Seite ist jetzt auch blockiert! Jetzt sitzen wir ganz schön in der Klemme! Oh, es tut mir leid! Ich dachte, ich könnte es alleine schaffen! Ich habe niemanden gerettet! Ich habe nur alles schlimmer gemacht! Halb so schlimm, Rubble! Du wolltest doch nur helfen! Was machen wir nun? Wir rufen Ryder und die Paw Patrol! Ryder! Ryder! Hallo, Rubble! Hallo, Ryder! Ich brauche die Paw Patrol und zwar rucki-zucki! Wieso sitzt du im Dunkeln? Es gab einen Felssturz! Ich sitze mit dem Lokführer im Tunnel fest! Können du und die Paw Patrol uns rausholen? Keine Sorge, Rubble! Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein! Wir sind schon unterwegs! Schicks! Los! 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 Hey Leute! Wie lenkt man dieses Ding? Los! Schon gut, ich habe es rauf! Los! 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 Hey, war das etwa mein Schaufel-Bagger? Nichts passiert, Rubble. Zuma, pass auf meinen Bagger auf. Chase, wir brauchen für Rubble einen Ausgang. Ich bin schon dabei. Jetzt aufrollen. Gut gemacht, Chase. Rubble, kannst du dich durchquetschen? Danke, Ryder. Und wo ist mein Schaufel-Bagger? Gleich davon. Oh, das reicht, Zuma. Hallo, Rubble. Willst du jetzt übernehmen? Rubble macht das Rucki-Zucki. Leg los, Rubble. Du weißt ja, was zu tun ist. Juhu. Au. Au. Juhu. Toll. Rubble, du hast es geschafft. Du bist ein Held und rettest die Welt. Du meinst, ich habe dabei geholfen. Gerettet wurde auf die Paw Patrol-Art. Hm. Da seid ihr ja. Es ist furchtbar. Die Schienen sind zerstört. Der Waggon lässt sich einfach nicht bewegen. Und der nächste Zug kommt in wenigen Stunden. Wenn es jemand rechtzeitig reparieren kann, dann die Paw Patrol. Chase, kannst du den Waggon wegschleppen, damit wir die Schienen für den nächsten Zug reparieren können? Wird sofort erledigt, Ryder. Aber, Junge, Chase. Kann losgehen. Gut gemacht, Chase. Hm. Die Schienen sind verbogen. Und diese Schwelle hier, die ist... Rubble, alles in Ordnung? Klar, doch. Mir geht's gut. Großartig. Autsch. Es tut doch weh. Katie sieht sich deine Pfote besser mal an. Ich rufe den Lokführer an, damit er den Zug anhalten kann. Hallo? 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 Der Lokführer antwortet nicht. Was macht Rubbles Pfote? Sie ist verstaucht. Nicht auftreten und kühlen. Ich muss aber auftreten, sonst kann ich die Schienen nicht reparieren. Deine Pfote braucht Ruhe. Jemand anderes muss deinen Bagger fahren. Dann fahr du ihn, Ryder. Du hast mir das Baggerfahren schließlich beigebracht. Äh, ich weiß nicht genau, ob ich in deinen Bagger reinpasse. Aber einen Versuch ist es wert. Es geht nicht. Zeit für Plan B. Was ist Plan B? Das bist du, Chase. Hä? Ich weiß nicht. Ich bin Rubbles Bagger noch nie gefahren. Keine Sorge, ich sag dir schon, wie es geht. Bereit? Ein klarer Fall für Chase, Ryder. Okay, hör zu. Drück den grünen Knopf und es geht los. Das war gar nicht so schwer. Und was jetzt? Jetzt drückst du die Schaufel-Hochtaste, trittst aufs Gaspedal und löst die Bremse. Schaufel-Hochtaste? Gaspedal treten? Oh, warte, die Bremse. Lansam, nicht so viel Gas. Nein, das ist der Bohrarm. Wieso geht es plötzlich bergab? Schaufel-Hochtaste? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Chase! Die rote Stocktaste! Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Chase, alles in Ordnung? Oh, oh, oh. Das wird schon wieder. Hm, der Zug nähert sich unserem Bahnhof. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Tut mir leid, Ryder. Ich bin mit den Anweisungen durcheinandergekommen. So ähnlich wie bei dem Fellfreund-Boogie-Spiel. Das ist es. Ich sage, was du tun sollst und du wiederholst es. Genau wie Sky beim Fellfreund-Boogie-Spiel. Ja! Zuerst drückst du die eckige Taste links. Die eckige Taste? Was ist das? Das Radio. Drück drauf. Okay. Bereit? Eins, zwei, drei und linke Pfote drückt Hebel. Linke Pfote drückt Hebel. Rechte Pfote drückt hinunter. Rechte Pfote drückt hinunter. Hey, ich fahre. Ich hab's geschafft. Linke Pfote, schwarzer Knopf. Linke Pfote, schwarzer Knopf. Ja! Ich hab's raus. Au! Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch die neuen Schienen verlegen. Puh. Geschafft. Das Gleis ist repariert. Gerade noch rechtzeitig. Da kommt der Zug. Du hast das Gleis repariert, Chase. Du bist so ein Brandsitz. Oh ja, genau das. Die Paw Patrol hat es geschafft. Wird die Paw Patrol gebraucht, geben Sie laut. Eillieferung für Bürgermeisterin Goodway und die Paw Patrol. Danke schön. Und so pünktlich. Die neue Version des Feldfreund Boogie Spiels. Uh, ja, so macht man das. Das ist Feldfreund Boogie. Das Ganze ist ein Klacks. Feldfreund Boogie. Es geht noch mehr. Es geht noch mehr. Ja! Das ist Feldfreund Boogie. Das ist Feldfreund Boogie. Das ist Feldfreund Boogie. Komm. Was ist denn los, Rubble? Hier muss das Zuhause der Schildkröten sein. Hier ist sogar noch eine. Hm, was blockiert bloß das Wasser? Aha! Versuch bitte, ein neues Loch zu bohren. Dann sollte das Wasser wieder in den Teich sprudeln. Rubble, mach das rucki zucki. Keine Sorge, kleiner Freund. Deine Brüder und Schwestern sind bald wieder zu Hause. Ihre neue Schildkröten-Badelandschaft wird sie davon abhalten, wieder auszureißen. Zeit für einen Wasserrutschen-Test. Los, trau dich, Tildy. Oh, ich meine natürlich Schildy. Toller Kopf-Sprung-Sternchen. Noch nichts bis jetzt. Ich muss noch tiefer bohren. Gut gemacht, Rubble. Oh, das war wirklich gut. Vielleicht ein bisschen zu gut. Oh, oh. Schnell raus aus dem Teich. Das Wasser steigt sehr schnell. Der Bagger startet nicht. Das Wasser ist in den Motor gelaufen. Zuma, Chase. Chase hört. Ich brauche euch beide bei Jumis Teich. Sofort. Schon unterwegs. Mein Bagger. Bitte tut doch etwas. Schnell, die Seilwindet Chase. Kommt sofort, Ryder. Zuma. Hier, der Haft. Volle Kraft voraus. Zuhilfe. Hol mich bitte hier raus. Und zwar Rucki-Zucki. Chase, leg los. Ein klarer Fall für Chase. Ich bade ja gern. Aber doch nicht so. Er läuft wieder. Danke, Chase und Zuma. Ihr wart meine Rettung. Gern geschehen. Holen wir die Schildkröten nach Hause. Sky. Hallo, Ryder. Was gibt es? Wir sind hier fertig. Die Schildkröten können wieder in ihren Teich. Großartig. Ihr könnt nach Hause. Da wären wir. Wieder zu Hause. Also dann, Schildkröten. Euer Teich ist so gut wie neu. Sogar noch besser. Das verdankt ihr den braven Fellfreunden. Willkommen zu Hause, Schildi. Viel Spaß, Hildi. Amüsier dich im Wasser, Jonas. Robin. Geht klar. Zuma. Zuma. Ich probiere mal Rubbles Raketenschuss. Oh nein. Na los, ich bin bereit. Ist das Hundekuchenpizza? Komm und hol sie dir. Oh nein. Das tut mir leid. Das ist nicht so schlimm. Die Paw Patrol gibt niemals auf. Na los, zeigt, was ihr könnt. Ja. Wollen doch mal sehen, was die Paw Patrol dazu sagt. Ja. Jetzt steht es 2 zu 2. Ja. Was? Wo kommen die denn her? Oh. Den krieg ich. Den. Der Bürgermeister hat die Erdhörnchen ausgesetzt. Aber zuerst werden wir euch mal untersuchen. Marsche. Ich komme schon. Röntgenbild. Das ist nicht so schlimm. Sie müssen sich nur kurz ausruhen. Hm. Wir haben nur noch Rocky, Chase und Zuma. Zeit für 2 neue Spieler. Ja. Wir dürfen spielen. Komm, Henrietta. Ah. Danke, Kätzchen. Der Ball gehört mir. Was? Das war ein Foul. Die Kätzchen kriegen den Ball. Es geht uns besser. Wir wollen spielen. Na schön. Ab aufs Feld mit euch. Wapp, wapp. Hm. Ah. Ah. Ihr habt Tor. Das gibt's doch nicht. Nicht schon wieder. Du weißt, was du zu tun hast. Was hast du gemacht? Wie ist das passiert? So pumpt man doch keinen Fußball auf, du Dummerchen. Zum Glück habe ich noch einen dabei. Einmal. Rechts, links, zickzack. Ich hab ihn. Autsch. Meine Pfote. Schon wieder. Ah, das Teil ist irgendwie kaputt. Es steht 3 zu 3 und Rubble ist verletzt. Kannst du noch mal einen Raketenschuss machen? Hurra! Ja! Ryder, du hast es geschafft. Die Mannschaft der Abenteuerbucht hat gewonnen. Das waren meine Fellfreunde. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ja!